mal den sogenannten Brauersdamm sehen wollen. Hier ein kleines Video. Kilometer weit entlang des Meeres führt hier diese Straße. Hier stehen hunderte von Wohnmobilen Tag für Tag und genießen hier einfach, überwiegend natürlich am Wochenende, diese tolle Aussicht. Dörferparadies. Suchen wir es mal ran. Und genau hinter diesem Baum, da liegt das Grevelinger Meer. Etwas geschützter. Hier muss ich aufpassen, wegen den Radfahren. So, da könnt ihr es sehen. Da ist dann die nächste Motorboot. Die stehen natürlich für wunderschön geschützt in den Dünen. Hier. Und da sind überwiegend die Surfer. Hier sehe ich auch mal ein Motorboot fahrend. Ja, so habt ihr einen kleinen Eindruck vom Brauersdamm und was hier so los ist. Vielleicht passen die Köpfe auf. Ob Auto, Motorrad, ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Hier ist alles möglich und hier ist auch alles vertreten. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und sollte uns hier mal zuschauen und Lust haben uns besuchen. Wir stehen ziemlich zum Ende auf der linken Seite am Brauersdamm. Gleich mit zwei Baumobilen. Wir sind nicht zu verfehlen. Und ihr seid herzlich eingeladen. Tschüss, euer Robert.